Du hast sicherlich mal eine Frau vor dir gehabt, die einfach so toll war, dass du gedacht hast, wie kann ich sie denn von mir überzeugen? In dieser Folge wollen wir dir ganz genau erklären, wie du Frauen von dir beeindrucken kannst. Und das Ganze hat vier Basissäulen, vier Säulen, die du für dich heute erkennen, entdecken und dann auch nutzen kannst, mit denen du Frauen beeindruckst. Und das Tolle ist, dazu brauchst du nicht dir irgendwas aneignen, was nicht sowieso schon ein intrinsischer Teil von dir ist. Wir werden uns genau anschauen, was diese vier Säulen sind und wie du diese vier Eigenschaften aus dir herausholst, um Frauen zu beeindrucken. Herzlich willkommen zum Freundinnen finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach um die Frauen zu erobern und auch zu behalten, die du wirklich möchtest. Ich freue mich mega, wieder mal eine Folge zu haben mit Dominik, dem ich jetzt seit zwei Wochen hier nicht mehr gesehen habe. Herzlich willkommen unserem Coach für nachhaltiges Selbstbewusstsein, Dominik Vanabe. Jawohl. Das wurde auch wieder Zeit, dass wir jetzt hier wieder eine Folge zusammen machen. Und ja, diese Folge ist wirklich Hammer. Die Folge dickepacke vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und gerade für die Männer, die Frauen beeindrucken möchten, also diese Folge ist ein unfairer Vorteil gegenüber all den anderen Männern da draußen. Also hör sie dir bis zum Ende durch, am besten zweimal. Aber hör sie bis zum Ende durch und da werden dir einige Schuppen von den Augen fallen. Und vor allem haben wir am Ende noch ein Geschenk für dich, nämlich ein richtig handfestes. Also das war ernst gemeint. Hör sie dir bis zum Schluss an. Wir freuen uns. Ist was Frauen beeindruckt, wenn du ein Herzensmensch bist oder wenn du mit deinem Status andere ausstechen kannst? Wenn du quasi noch besser als andere bist oder wenn du andere in dein Herz schließt und damit ein Geschenk für andere bist? Die Wahrheit liegt nicht ganz dort, wo du sie vielleicht vermutest. Denn wir Menschen, wir sind mehr als nur eine Sache. Auch wenn du dich als Mann mit Herz siehst oder als Mann, der für andere sorgen kann und vielleicht sogar den ersten Schritt geht, mutig ist oder dich lieber zurückhältst und abwartest und das Ganze erstmal beobachtest. Das Ganze ist nicht so wichtig. Was wichtiger ist, ist ob du eine holistische, eine holistische, wie nennt man das Dominik, wenn man holistisch wirken kann. Also wenn du für andere eine holistische Wirkung hast, meine Güte. Gut, dass du wieder da bist Dominik, wenn du eine holistische Wirkung auf deine Mitmenschen hast. Sprich, man kann dich nicht so richtig in eine Box stecken. Das bedeutet, wenn jemand denkt, ah okay, das ist der Andi, das ist der Liebe, das ist der, mit dem ich befreundet sein kann, der ist einfach ganz lieb, dann haben sie dich schon in eine Box gesteckt. Das passiert üblicherweise, wenn du eben nicht alle deine Facetten zeigst und dann passieren solche Sachen wie Friendzone. Oder, ah okay, das ist der Andi, das ist ein Arsch. So, okay, dann haben Leute vielleicht kein Interesse an einer langfristigen Beziehung mit dir. Da gibt es verschiedene Boxen, in die man gesteckt werden kann, aber wenn du ein echter Mensch bist, was wir alle sind, und wenn du dich auch traust, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist, dann werden Menschen zwangsweise auch unterschiedliche Seiten an dir kennenlernen. Und wie du Frauen beeindruckst, ist eben, indem du diese Seiten an dir zeigst, die mannigfaltig sind. Und die erste Seite, die wir als erstes normalerweise sehen, ist eben die, die als erstes ins Auge springt. Und das ist eben nicht die passive Seite. Also, wenn du dich eher zurückhältst, dann sieht man das eher auf den zweiten Blick, aber nicht auf den ersten. Das heißt, der erste Blick, der wird meistens auf die Menschen geworfen, die sich in den Mittelpunkt stellen oder die den Raum betreten. Oder wenn du, sagen wir mal, du stehst auf der Arbeit und du hast gerade einen Kreis an Kollegen und dann kommt die neue Arbeitskollegin gerade dazu und du willst sie integrieren. Und der Mann, der in diesem Moment dann sagt, ach Annika, komm mal kurz her, komm, ich stelle dich mal eben den anderen vor. Wir haben gerade über XY geredet. Und dann kommt Annika dazu und du stellst sie denen vor. Das ist der Moment, wo sie als erstes dann auf dich schauen wird, weil du die Initiative ergriffen hast. Und dieses Initiative ergreifen, Führung übernehmen, genau. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Und die können auch zurückhaltende Männer besitzen. Die Frage ist einfach nur, ob du im richtigen Moment das Potenzial für diesen Moment erkennst und du weißt, hey, hier ist jemand gefragt, der jetzt die Initiative ergreift. Entweder ich bin jetzt derjenige, der sich in diesem Moment ebenfalls zurückzieht, wie ich das sonst immer tue. Oder hier handele ich einmal gegen mein Skript, gegen mein ursprüngliches, mein standardmäßiges Verhalten, das ich mir selber auch über die Jahre antrainiert habe und mir auch antrainiert wurde. Und ich sage, nee, in diesem Moment ist es jetzt wichtig, hier mache ich jetzt gerade mal das Gegenteil von dem, was ich üblicherweise machen würde. Ich spreche die Situation an, ich spreche den Elefanten im Raum an. Hey Annika, komm doch kurz dazu. Wir haben gerade darüber gesprochen. Schön, dich zu sehen. Und dann stellst du die Annika, den Bekanntenkreis, den Kollegenkreis vor. Oder du siehst diese Frau, mit der gerade niemand spricht und sie sitzt auf der Parkbank und du bist spazieren und dann weißt du auch, das ist der Moment, wo ich jetzt eigentlich handeln sollte. Hier ist Initiative gefragt. Und da ist es völlig in Ordnung, wenn du, sobald du die Initiative ergriffen hast, sobald du Führung übernommen hast, du dann im Gespräch dich wieder zurücklehnst und ganz entspannt bist. Du musst kein Affe sein, der die ganze Zeit Action macht und sie irgendwie entertaint. Das ist nicht, das sind das Ganze. Das sehen wir häufig, also diesen Punkt, lass mich da gerade mal reingrätschen. Das sehen wir häufig bei den Männern, die glauben, dass sie viel diesen Status nach außen tragen müssen und weil sie sonst irgendwie nicht sind oder um eine Rolle zu spielen, um ihre Verletzlichkeit zu kaschieren. Und wir sehen das häufig, wenn sie dann, sie machen das sehr gut und übernehmen dann die Führung im Gespräch und haben dann vielleicht nochmal so eine Gruppe von vier anderen dieser sehr statusgeprägten Menschen vor sich. Und das wäre kein Problem, wenn sie dieses Gespräch führen würden, aber oftmals sehen wir das, dass sie dann in diesem Gespräch immer nach kleinen, nach kleinen Momenten von Feedback geiern. Jemand, der wirklich in sich ruht und der wirklich die Führung übernimmt, der geht seinen Weg und lädt andere dazu ein, um einfach mal auch metaphorisch dazu zu sprechen. Der geht mit dir den Weg, der schaut sich nicht auf dem Weg immer um und schaut irgendwie, ob du noch ihm folgst. Das ist eher derjenige, der vorgeht und sich um sich umdreht, ob noch seine Leute ihm folgen, der führt nicht. Der folgt den anderen, er geht einfach nur vor. Und das sehen wir häufig bei Männern, die noch nicht so in sich ruhen, noch nicht das Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Und sie wiederholen Dinge oder sagen Dinge in Gesprächen und suchen dann nach diesen kleinen Mikromomenten von Feedback, dass sie noch wertgeschätzt werden von den anderen Menschen, die ähnlich einen versucht hohen Status propagieren. Und eigentlich ist das gar kein Führen, sondern gerade dann ist das ja ein Folgen, weil sie warten auf das Feedback, auf das sie dann wiederum reagieren können. Also sie wollen unbedingt, dass die Frau ihnen einen Knochen hinwirft, damit sie draufspringen können und endlich was zum Knabbern haben. Und das sind dann meistens auch die Lauten, das sind diejenigen, die sich unbedingt profilieren wollen, die nicht wirklich Führungspersönlichkeiten sind, sondern eben Persönlichkeiten, die gerne sich an die Führungspersönlichkeiten anheften und dann in ihrem Windschatten surfen wollen. Und das merkt man einfach, dann sind sie keine eigene Persönlichkeit, sondern eher eine Kopie einer Persönlichkeit, weil sie eben die Verhaltensweisen emulieren, von denen sie glauben, dass sie attraktiv sind, laut sein, Initiative ergreifen, viele lauten Impulse setzen. Aber das ist ja gar nicht immer nötig. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir hier unterscheiden, was ist denn wirklich eine attraktive Persönlichkeit, die Frauen beeindruckt. Das ist eben jemand, der in den Momenten, in denen es nötig ist, handeln kann, aber nicht die ganze Zeit zwangsweise sich profilieren muss und die ganze Zeit zeigen muss, dass er hier der Macker ist und Leute befehlen muss, links und rechts. Habe ich diese Geschichte schon erzählt, Dominik? Das war vor einer Weile, vor einem Monat etwa, als so ein kleiner Junge hier, was heißt kleiner Junge, vielleicht 17, 18 Jahre, seinen Müll in den Baum schmeißen wollte? Habe ich das erzählt? Das ist ja eine Frechheit. Okay, ja, ich habe von unserem Urlaub erzählt, wo wir den Müll eingesammelt haben im Meer. Ja, und das war kurz danach und dann saß ich da und habe gerade was gegessen und ich habe gerade telefoniert mit einer Freundin. Wir waren gerade an einem emotionalen Punkt des Gespräches. Ich habe ihr zugehört, ich bin auf sie eingegangen. Sie hat mir gerade was erzählt, was gerade einen Wechsel in ihrem Job angeht und so weiter. Das war nicht der Moment, in dem ich in irgendeiner Weise geführt habe. Ich war passiv, ich habe zugehört. Aber im gleichen Augenblick habe ich einen Jungen gesehen, vielleicht 17, 18, keine Ahnung, lief da über die Straße und hatte eine Flasche in der Hand und da war ein riesen Baum und er hat die hochgeworfen und wollte die halt in die Baumkrone irgendwie reinwerfen. Ist nicht reingefallen, ist auf den Boden gefallen. Mitten auf die Straße und er ist einfach weitergelaufen. Und das macht mich wuchsteufelswild, weil wir geben uns so viel Mühe. Dominik, du weißt es ja auch noch, jedes Mal, wenn wir am Strand sind, ich hebe immer irgendein bisschen an Müll auf. Jedes Mal. Und gerade die Woche davor, meine Freundin und ich, waren wir am Strand und haben vier, fünf riesige Müllsäcke voll mit Müll eingesammelt. Und hier ist er und kreiert einfach mehr Müll. Also in dem Moment war der Impuls in mir, hier muss ich jetzt handeln, hier muss ich was sagen. Und dann habe ich ihn angebrüllt und gesagt, yo, pick that shit up. Und dann hat er, oh ja, ja, und hat es wieder aufgehoben und war auch witzig, weil ich habe mich da auch irgendwie in ihn hineinversetzt, weil das hätte auch gut sein können, dass ich das gewesen wäre mit 17, wo ich so unbedacht durch die Welt gegangen bin, dass ich vielleicht auch mal irgendwie was, 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 ja, irgendwas wegschmeißen wollte oder, you know. Und, aber okay, so ist eben der Kreislauf des Lebens. Jetzt bin ich halt der alte Mann, der ihn anschreit. Aber mein Punkt ist, ich musste da was sagen. Das war ein Moment, wo ich gespürt habe, hier musst du jetzt was sagen. Gerade weil das auch eine persönliche Sache ist. Umweltverschmutzung stehe ich gar nicht drauf. Und das hat halt volle Kanne mich aus dem Gespräch mit meiner Freundin rausgerissen. Und, aber gut, das hat sie auch mitbekommen, was da passiert ist. Ich habe sie dann kurz erklärt und danach ging es auch weiter in unserem Gespräch. Und es gibt einfach manche Momente, in denen du weißt, was das Richtige ist. Und in diesen Momenten ist es einfach, es ist einfach deine Pflicht, dann auch dieser Wahrheit in deinem Herzen zu folgen und den Impuls zu geben und das zu machen, woran du glaubst. Und wenn du eine Frau siehst, die einsam ist und du bist gerade in diesem Kreis an Arbeitskollegen und sie ist eine neue Kollegin, dann integriere sie. Du weißt, das ist das Richtige. Oder du kommst in einen Tagungsraum und neben dieser einen Frau ist der Platz frei. Dann setz dich nicht ellenweit weg von ihr und schau auf deine Unterlagen, sondern dann setz dich doch daneben und sag, Hi, na, alles klar, bist du vorbereitet? Du weißt, das ist der Moment, wo eigentlich dieser Impuls kommen müsste. Und hier kommen wir zu dem großen Punkt, wo auch diese Männer, die den Impuls folgen und handeln und versuchen, ihren Status zu ihrem Vorteil zu nutzen, um besser da zu stehen als andere, wo sie dann aber leider versagen, genauso wie der Schüchterne, der sich zurückhält. Nämlich, dann kommt das Ego ins Spiel, über das wir ja schon oft gesprochen haben in vielen, vielen Folgen. Das Ego sagt dir dann vielleicht, naja, ich bin einfach nicht der Typ, der sich daneben setzt. Ich weiß gar nicht, wie mein Gespräch beginnen soll. Das kann ich gar nicht. Du weißt das bestimmt nicht. Oder diese Glaubenssätze. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Genau. Das ist das Bild, das du von dir selber zusammengemalt hast, zusammengeschustert hast und vor dem du dich dann auch zurückhältst. Und du nicht wirklich dein Potenzial lebst, was in dir steckt. Weil du es dir selber einredest. Ich kann das doch nicht. Sie will das doch nicht. Und dann setzt du dich schüchtern zur Seite. So. Der andere Mann, der sich in solchen Momenten profiliert, der sich dann daneben setzt und ein Gespräch beginnt, bei dem glaubst du vielleicht, wow, der kann das. Ich wünschte, ich könnte das auch. Allerdings hat dieser Mann dann an anderer Stelle das Ego. Und wenn er nämlich die Frau auf der Parkbank siehst, die gerade ein Buch liest, auf die könnte er nie zugehen. Warum? Weil wenn er auf sie zugehen würde und Hallo sagen würde, dann könnte sie ihm ja einen Korb geben. Und dieser Korb, dieses ich habe du, ich habe leider einen Freund oder sie ignoriert ihn einfach, das würde sein komplettes Selbstbild zerstören. In seinem Kopf ist er ja der krasseste, der tollste. Weil er auf der Arbeit, bei diesen leichten Situationen, da schafft er das, da kriegt er das immer hin. Wenn er weiß, eine Frau mag ihn schon, ja, dann kriege ich das hin. Dann läuft auch die Kiste. Bla, bla, bla. Das ist aber ein pures Ego-Selbstbild, weil wenn es darauf ankommt und du hast diese Sicherheit nicht, dann handelst du nicht. Das heißt, du möchtest dieses Selbstbild bewahren. Und dann handelst du nicht in den Momenten, wo du eigentlich weißt, dass es das Richtige wäre. Wie zum Beispiel dich dann vorzustellen. Wir sehen das so oft bei Männern, also die kommen auch in die Charisma-Analyse. Das sind Männer, die sehr auf, haben wir das Wort schon öfter erwähnt, aber auf Status achten. Und die lernen Mädels hauptsächlich abends beim Feiern kennen, im Club. Wenn sie sich mit ihren Kumpels einen Tisch reservieren, in irgendwelchen Clubs, warum auch immer da Tische sein müssen. Aber gut, sie reservieren sich dann einen Tisch und holen sich dann die teuerste Flasche und so weiter. Dagegen habe ich gar nichts einzuwenden. So, trinkt teure Getränke, macht mit eurem Geld, was ihr machen möchtet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß von Herzen damit. Der Punkt bei der teuersten Flasche ist halt entsprechend einfach nur die Fassade, die Maske, die sie damit aufsetzen. Und wir sehen das häufig bei diesen Männern, dass die nur Frauen kennenlernen, wenn über den Bekanntenkreis irgendwelche, irgendwelche anderen Typen, irgendwelche Frauen mitbringen. Aber wenn sie dann mal, wenn sie dann mal irgendwie von ihrem Tisch auf die Toilette gehen und dann an der Tanzfläche vorbeigehen, an anderen hübschen Mädels vorbeigehen, dann haben sie nicht die Fähigkeit, diesem Mädel Hallo zu sagen. Obwohl sie im gleichen Club sind. Sie haben nicht die Fähigkeit dazu. Und wenn sie das tun, dann haben sie halt schon ein bisschen mehr Substanzen, ob es jetzt Alkohol ist oder andere Substanzen in sich. Und dann trauen sie sich das. Aber dann ist ihre Gesprächseröffnung, hier, ich habe einen Tisch, willst du mitkommen? Und dann kriegen sie mehr vom Gleichen, mehr von den Frauen, die sie eigentlich nicht wollen, die auch nicht gut für sie sind, weil diese Frauen nur mehr von dem verursachen, was sie sowieso schon nutzen. Status oder eine Fassade, das Schutzschild, damit niemand auf ihre Unsicherheit schauen kann. Und wir kennen Männer wie diese Männer. Und es ist traurig. Die wenigsten davon haben wirklich die innere Sicherheit, weil wenn du diese innere Sicherheit hast, dann brauchst du die nach außen nicht mehr propagieren. Dann brauchst du nach außen nicht mehr so zu tun, als wärst du X und Y. Dann buchst du dir oder reservierst du dir vielleicht einen Tisch und dann ist das gut. Aber du machst es nicht, um dann noch irgendwie dir eine besondere Flasche zu holen, die dann ganz viel Feuerwerk da drin hat, damit alle sehen, dass du dir jetzt diese Flasche gekauft hast. Das ist eine kleine Anekdote noch dazu. Als wir vor Jahren mal, keine Ahnung, das war vor neun Jahren vielleicht, haben wir einen Auslandsworkshop in Bukarest gegeben, Rumänien. Und dann sind wir in einen Club gegangen und das habe ich vorher noch nie gesehen, weil das war nicht die deutsche Feierkultur, die ich bisher gesehen habe. Aber da gab es keine Tanzfläche, da gab es nur Tische. Und jeder hat sich halt mit den Leuten irgendwie an den Tisch gesetzt, mit denen er hingekommen ist. Und wir wollten uns natürlich irgendwie sozial zeigen und sind dann zu anderen Tischen hingegangen. Aber das war nicht gern gesehen. Wir sind dann rausgeschmissen worden, weil Menschen dort nicht sozial sind. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist mit den Leuten, mit denen sie da waren, die Musik war viel zu laut, erst mal um sowieso Gespräche zu führen. Die saßen einfach nur da an diesem Tisch und jeder Tisch sah aus wie der andere. Und dann haben sie einfach Champagner getrunken, Wodka getrunken, nichts dagegen einzubinden. Habt Spaß mit eurem Geld, ich gönne euch das. Aber da war nichts Soziales drin. Niemand konnte sich unterhalten, sie haben nur da gesessen und haben getrunken. Die Musik war viel zu laut und ab und zu haben sie mit Servietten um sich geworfen, weil das so eine Tradition ist, um zu zeigen, wie reich man ist oder so. Deswegen muss man da mit Servietten um sich werfen. Und Jahre später, also ein, zwei Jahre später, eine ganz ähnliche Kultur hat sich in Deutschland platziert. Und das fand ich sehr schockierend, dass da so viel Fassade, noch mehr Fassade Einhalt, wie sagt man, eingegangen ist. Ja, was das ist, ist einfach eine Kultur der Angst. Angst, das ist es. Angst vor einem Kreis an Menschen sein Gesicht zu verlieren. Das ist die Angst. Egal, wer diese Menschen sind, auch wenn sie komplett Fremde sind. Oh Gott, oh Gott, was werden die anderen von mir denken? Und da ist auch gerade der gemeinsame Nenner zwischen den Männern, die Führung übernehmen können. In manchen Situationen, aber auch nicht allen, weil in ihrem Bekanntenkreis, da sind sie vielleicht bekannt als diejenigen, die die Führung übernehmen. Aber dann, wenn es darauf ankommt und da ist ein komplett fremder Kreis, dann können sie überhaupt keine Führung übernehmen. Der gemeinsame Nenner von ihnen, wie auch dem Schüchternen, der im Bekanntenkreis genauso sich zurückzieht, als auch in fremden Kreisen, ist der Punkt des Mutes. Wenn du immer nur das tust, was sich gemütlich anfühlt, was du eh schon kannst, dann ist das nicht mutig. Und anziehend, beeindruckend für eine Frau ist es, wenn du, egal an welchem Punkt du bist, was deine Stärken oder Schwächen sind, wenn du das, was dir schwerfällt, trotzdem machst. Das ist mutig. Und dann ist es gerade egal, ob du eher der Anführertyp bist oder eher der zurückhaltende Typ. Wenn du das Gegenteil von dem machst, was du üblicherweise machen würdest, dich ans Herz fasst und sagst, ich mache es jetzt trotzdem oder ich mache es gerade deswegen, ich habe Angst, genau deswegen werde ich es machen. Wir haben schon noch oft darüber geredet. Angst ist dein Kompass. Lass uns das gerade nochmal unterstreichen. Es geht nicht darum, dass du möglichst große Dinge tust. Das, was für dich außerhalb der Komfortzone ist, das, was dir gerade Angst macht, dass du bei dieser Sache sagst, yo, ich mache es jetzt trotzdem, obwohl ich Angst habe. Es geht nicht darum, dass du dich mit jemand anderem vergleichst, der, keine Ahnung, der eine andere Angst überwindet. Wenn deine Sorge, deine Angst, deine Blockade etwas ist, was du vielleicht als Lappalie oder was als ganz Kleines siehst, aber du bisher nicht überwunden hast, sei es zum Beispiel einfach nur Entschuldigung zu sagen für einen Fehler, den du gemacht hast, was sehr viele Männer, wo wir mit sehr vielen Männern ein Problem haben. Und dann einfach zu sagen so, okay, es ist ein großes Hindernis für mich, Entschuldigung zu sagen, aber du sagst es trotzdem. Du gehst diesen extra Meter und du sagst es. Das ist krass. Und das spüren Menschen, das spüren Frauen, dass du gerade etwas tust, was du sonst nie getan hast. Und das ist das, wo Frauen sofort Respekt vor dir haben, wo Frauen direkt beeindruckt von dir sind. Weil es geht nicht darum, dass jemand anders Entschuldigung sagen kann und das für dich eigentlich kein Problem sein sollte. Was für dich ein Problem war und dass du es machst. Ob wir jetzt andere Frauen ansprechen können, ist völlig egal. Wenn du Sorge, Angst, Nervosität davor hast und du machst es trotzdem. Das ist krass. Darum geht es. Ja, und wie immer, die Worte sind die Deckmantel unserer Gedanken. Das heißt, was du als wie bezeichnest, kann dir entweder dann ein Hindernis sein oder ein Propelant, also dich nach vorne propellieren. Was? Ein Propelant. Mann. Das hast du doch jetzt gerade. Propelant. Auf Englisch ist es Propelant. Wenn du einen Düsenantrieb hast, dann ist es ein Propelant. Das heißt, dann geht es weiter schneller nach vorne. Sag mal das nicht auch im Deutschen. Man kann es doch so sagen. Echt? Echt? Die Ingenieure unter euch, ihr habt mich verstanden. Das weiß ich. Du vielleicht nicht. Aber die Ingenieure haben mich verstanden. Genau. Also etwas, was dir Antrieb gibt oder etwas, was dich zurückhält. Und Angst, wenn du sagst, okay, ich habe Angst, ich werde jetzt trotzdem handeln. Hut ab. Ja, cool. Aber was ist, wenn du das Ganze als Hilfsmittel siehst? Wenn du deine Angst als Indikator dafür wahrnimmst, dass genau jetzt, genau jetzt kannst du eine Frau beeindrucken. So simpel war das noch nie. Du spürst in dir genau die Momente, in denen du punkten kannst bei Frauen. Das sind die Momente, in denen du Angst hast. Angst ist ein Kompass. Das ist kein Spruch, den ich erfunden habe. Er ist aber eine Wahrheit, die schon seit Jahrhunderten existiert. Angst ist ein Kompass. Er zeigt in die Richtung, in die du gehen musst, um zu wachsen. Also wenn du Angst spürst, dann tue es gerade, weil du Angst hast. Nicht obwohl, sondern hey, ich habe gerade Angst, davor auf sie zuzugehen. Ich habe Angst, sie in die Gruppe zu integrieren. Ich habe Angst, mich neben die Kollegin zu setzen. Genau deswegen mache ich es jetzt. Boom. Dann ist das Ganze ein Schritt. Ein Schritt auf dieser Stufe zum Machen, zum Handeln. Zum Mutigsein, zum Initiative ergreifen, zum Führung zeigen. Ja. Gut. Die nächste Eigenschaft, die dich unglaublich attraktiv macht, die Frauen beeindruckt, ist, wenn du, auch hier wieder das Gegenteil von dem machst, was die meisten unserer Zuhörer und auch ich und du natürlich auch leicht dazu geneigt sind. Und das ist, Dinge zu logisch zu betrachten, zu verkopft zu betrachten. Das ist eine tolle Eigenschaft. Damit kannst du auch sehr viel erreichen in der Welt, in der wir leben. Ja, es wird, die Welt, in der wir leben, wird sowieso immer technologisierter. Und diese Fähigkeit, abstrakt zu denken, logisch zu denken, ist sehr hilfreich für diese technologisierte Welt. Aber nicht für die Welt der Emotionen, für die zwischenmenschliche Welt. Ja, da ist es wichtig, dass du dann auch 180 Grad dich umdrehst und sagst, okay, weißt du was, ich schalte jetzt mal die Arbeit ab. Es ist genug nachgedacht, genug theoretisiert. Was macht denn jetzt gerade Spaß? Ja, und was ist denn spaßiger als das, was wir als Kinder schon gemacht haben? Nämlich die Welt als unseren Spielkasten zu sehen und alles um uns herum irgendwie spielerisch zu integrieren. In einer verrückten Fantasie, in einem Spontanspiel, in einer Neckerei, wo du sie dafür aufziehst, dass sie gerade irgendwas Falsches gesagt hat. Nicht bösartig, nicht böswillig, aber spielerisch leichtherzig. Und dann ihr auch ein Kompliment gibst dafür, dass sie so wunderschön gerade aussieht oder dass sie das so toll gemacht hat und dann im nächsten Atemzug wieder komplett über was anderes redest und dann das Thema wechselst und ihr beide, ihr wechselt euch ab in euren verrückten Fantasien, weil ihr müsst nicht über die Sache reden. Wir müssen nicht, auch jetzt Dominik und ich, wir müssen nicht über die Sache reden. Wenn ich gerade propellant sage, dann kann er sagen, was ist denn das, das hast du gerade erfunden. Und dann sage ich, nein, das ist richtig, das ist aus dem Englischen. Und dann sage ich, ihr Ingenieure, ihr versteht mich doch. Also, wir reden nicht mehr über die logische Sache, sondern wir reden über etwas, was Emotionen bewirkt, was Spaß macht, wo er mich aufgezogen hat. Das sind flirtige Momente. Und das zu können, mein Lieber, das ist die zweite Fähigkeit, die Frauen super beeindruckt. Wenn du ihnen zeigst, ich bin nicht nur in einer Schublade, du kannst mich nicht nur in eine Schublade stecken. Ich bin nicht nur der langweilige, theoretische Typ. Oder auf Tinder, sehen wir ständig Männer, die auf all ihren Tinder-Bildern nur einen Gesichtsausdruck haben. Ernst. Swipe, ernst. Swipe, ernst. Ernst, ernst, ernst. Was ein langweiliger Typ. Ja, also, habe ich da ein Interesse, mich mit ihm zu unterhalten? Also, worüber wird er dann reden? Über seine Arbeit. Toll. Ne. Wir wollen natürlich auch Spaß haben mit unserem Gegenüber. Du möchtest auch Spaß haben mit der Frau. Ja, ich bin auch bei dir. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will aber nicht eine, die so oberflächlich ist, dass sie mit mir nur die ganze Zeit Quatsch machen will. Der Ernst des Lebens ist auch wichtig. Ich möchte wissen, ob sie Werte hat, ob sie treu ist, ob sie loyal ist, ob ich ihr vertrauen kann. Stimmt alles. Da bin ich bei dir. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist der Fehler, den viele begehen. Dass sie denken, ich bin nur logisch und wertegetrieben und überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht spontan flirtig. Das ist ein Trugschluss. Du kannst beides sein. Und du möchtest auch beides sein, wenn du ehrlich mit dir bist. Diese Leichtigkeit, das ist ja etwas, was wir, wenn wir leichtherzige Menschen sehen, wenn wir denken, boah, ich möchte das auch können. Das gefällt mir. Ich will ein Stückchen davon abhaben. Und deswegen scharen sich ja die Menschen immer um solche Persönlichkeiten wie Thomas Gottschalk oder, wen haben wir noch, den Fußballtrainer, wie heißt der? Wer die schönen Haare hat, der gesagt hat, ich habe die Haare. Ja, genau, Kloppo. Menschen scharen sich immer um die lustigen Persönlichkeiten, weil die haben Charisma. Die bringen dich zum Lachen. Die bringen dich in einen Gefühlszustand, der anders ist als der logische, langweilige Alltag. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen auch mal raus. Und jetzt sage ich wieder ein Fremdwort. Eskapismus. Gibt es den in Deutsch, Dominik? Eskapismus. Es klingt so. Und es klingt sehr souverän. Es klingt sehr. Also ich habe, ihr als Zuhörer müsst wissen, ich habe Andi zu Weihnachten ein Lexikon geschenkt. Und seitdem. Seitdem geht das Tag und Nacht so. Habe ich durchgelesen in einer Sitzung. Und konnte mir die Hälfte merken. Ich konnte immer nur ein paar Buchstaben davon merken, von jedem Wort. Eskapismus. Eskapism. Bedeutet, aus deiner Realität fliehen wollen. Ist der Grund, warum wir gerne ins Kino gehen. Ist der Grund, warum wir gerne Computerspiele spielen. Ist der Grund, warum wir in Zeiten der Trauer oder des Krieges uns gerne in Kabarett oder in Komödie fliehen. In Zeiten des Krieges kannst du sehen, da werden viel mehr Komödien produziert. Und in Zeiten des Friedens werden viel mehr düstere, traurige Dramen produziert. Wir wollen einfach immer ein bisschen mehr von dem, was wir gerade nicht haben. Eskapismus. Wir wollen von dem fliehen, was wir gerade haben. Und wenn wir schon so einen logischen, rational getriebenen Alltag haben, dann möchten wir einfach gerne in unserer Freizeit etwas anderes erleben. Mehr Spaß haben. Freude haben. Locker quatschen. Flirten. Und das ist die Fähigkeit, die... Ja. Sag gerne erst die Fähigkeit. Bitteschön. Sag ruhig. Okay. Ich fliehe. Ich fliehe jetzt vor dem, was ich sagen wollte. Wir sehen genau, dass diese Ausbalanciertheit, möchte ich sie jetzt auch mal nennen, das Fliehen, gerne bei den Männern, die zu uns kommen und dann so irgendeinen Corporate-Job haben. Und dann lernen sie zu flirten und plötzlich sprechen sie darüber, wie langweilig plötzlich ihr Job ist, dass sie den Job wechseln möchten oder wie viel Freude sie auch mal mit den Kollegen haben und so weiter. Dass die Kollegen auch mal auftauen, dass das Arbeitsklima ein ganz anderes ist plötzlich, weil sie nicht mehr in dieses trockene, wie sagt man, diese trockene Corporate-Welt, diese trockene Unternehmenswelt mit dem trockenen Unternehmersprech reingehen, sondern menschlich und emotional wertig. Und plötzlich haben sie eine ganz andere Welt vor sich. Und das ist überhaupt nicht so mindblowing eigentlich, denn es gibt einen alten Spruch, Menschen kaufen von Menschen. Menschen kaufen nicht von einer Webseite, von einem Roboter oder von irgendeinem Typen, der die beste Krawatte hat auf der Bühne. Menschen kaufen davon, wenn sie sich mit dir verbinden können, wenn sie das Gefühl haben, dass du sie verstehst. Und kaufen ist jetzt einfach ein Synonym für, ich verbinde mich mit dir. Ich möchte dich heute Abend kennenlernen, ich jetzt als Frau, möchte dich als Mann heute Abend kennenlernen, weil ich mich am besten mit dir verbinden kann, weil du am meisten Emotionen in mir auslöst, weil ich dich verstehe, weil du ein Mensch für mich bist und weil du dich nicht hinter irgendwelchen logischen, trockenen Sachen versteckst. Sehen wir immer wieder. Ja, ein ganzer Mensch zu sein. Deswegen ist es nie richtig zu denken, ich muss mehr Alpha sein, ich muss härter werden oder was dann auch viele fehlverstehen von dem, worüber wir so reden, ah, ich muss viel emotionaler werden. Das kommt ganz drauf an, ist eine individuelle Sache. Wo hast du sowieso schon deine Stärken und wo versteckst du dich vor deinen noch nicht ausgeprägten, aber auch existierenden Eigenschaften? Ja, du, es geht nicht darum, dass du alles gleichermaßen kannst und zu einem perfekten Universalisten wirst. Nein, es ist okay, dass du Stärken hast, es ist okay, dass du Schwächen hast, aber dann deinem, deine Angst zu folgen und dann zum Beispiel auch zu deinen Schwächen zu stehen oder gerade weil du eine Schwäche hast, es mal trotzdem zu tun, das zeigt Charakter, das beeindruckt, das ist, aus dem Holz sind die Männer geschnitzt, die Größeres erreichen als nur das, was ihm auf dem Serviertablett gegeben wird, nämlich hier ist deine Ehefrau, sie wurde dir vorgestellt, hier ist deine Partnerin, das ist die einzige, die du in sieben Jahren auf Elite-Partner, zwei Stück wurden dir vorgestellt, bei zwei hattest du ein Match und eine davon ist jetzt deine Ehefrau, wie bei einigen unserer Kunden. Dann sind die sieben Jahre zusammen, acht Jahre, zehn Jahre zusammen mit einer Frau, weil es die einzige war, die die Option für diese Männer war, die einzige Option und dann, ja gut, dann ist es halt meine Frau und dann natürlich, natürlich klappt das nicht und geht in die Brüche und dann kommen sie nach zehn Jahren wieder an einen Punkt, wo sie sagen, Mann, ich habe einfach, es ist nie gelernt, wirklich selber auszuwählen und selber zu flirten, selber auf eine fremde Frau zuzugehen oder einfach dieses Charisma zu haben, das ich auch in meinem Freundeskreis mal auswählen kann zwischen den Frauen, die gerade Single sind und mit denen ich anbandeln möchte, ja, nicht nur die, die sich für mich anbietet und diese Freiheit dann natürlich auch auszuweiten auf die Menschen, die du noch gar nicht kennst, wie zum Beispiel beim Spazierengehen, wenn du jemanden siehst, im Urlaub, wo auch immer, beim Radfahren, beim Bergsteigen und Wandern, das ist dann wirklich die Disziplin, die es dann auch erfordert, dass du deinen Ängsten ins Gesicht schaust und sagst, ja, ich habe Ängste, ich scheiße jetzt auf meine Ängste, ich werde trotzdem handeln, ich werde trotzdem mutig sein. So, die meisten lernen das eben nur im Coaching. Die meisten, die brauchen dafür ein Umfeld, einen Freundeskreis, der sie pusht und natürlich auch einen logisch strukturierten Leitfaden, der ihnen sagt, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt wichtig, das ist als nächstes wichtig, das lernst du jetzt, das brauchst du jetzt überhaupt nicht, fokussier dich jetzt bitte mal nur auf das und Schritt für Schritt dann einfach strukturiert vorwärts kommen. Und da kommen wir zur dritten Eigenschaft, die natürlich super beeindruckend ist für Frauen, gerade wenn du ein logischer, rationaler Mann bist. Und das ist diese Stärke, dass du rational vorgehen kannst, dass du einen Plan hast, dass du nicht vor dich hin stolperst und wie Goofy oder wie Donald Duck oder wie Homer Simpson einfach nur die ganze Zeit von einem Missgeschick ins nächste tollpatschig hin und her springst und irgendwie trotzdem mit Glück eine Frau bekommst. Nein, sondern du hast einen Plan. Du gehst das Ganze strukturiert an. Du hast dir gesagt, in dieser Phase meines Lebens möchte ich mich auf meine Karriere fokussieren. In dieser Phase meines Lebens möchte ich jetzt eine Partnerin für mich gewinnen. So, das ist toll. Du hast einen Plan, der hat dich auch sehr weit gebracht in deiner Karriere. Aber er geht nicht ganz auf. Warum nicht? Warum kannst du jetzt nicht eine Partnerin für dich gewinnen? Ja, das ist, weil du eben zu viel auf deine Stärken gebaut hast, zu viel auf dieser Struktur und du hast diese anderen Eigenschaften nebendran gestellt und gesagt hast, das brauche ich jetzt nicht. Diese Leichtigkeit brauche ich jetzt nicht. Flirten können brauche ich jetzt nicht. Und damit hast du es mehr und mehr verlernt oder einfach nicht geübt. Es ist eingerostet. Ja, aber es ist eine Stärke. Es ist eine Stärke, so strukturiert zu sein, wenn du auch tatsächlich eine Struktur hast, die funktioniert. Ja, und die gibt es natürlich auch beim Flirten. So, wir sprechen ja schon seit Ewigkeiten darüber. Gerade beim Flirten gibt es eine Struktur, die wir in den letzten zehn Jahren, kann man wirklich so sagen, aufgrund von den Ergebnissen, die wir euch jeden Tag hier präsentieren können, die du auch alle online sehen kannst, die auch einfach funktioniert. Ja, und ich wage zu behaupten, auch verdammt gut funktioniert, auf einem sehr hohen Level funktioniert, für alle Arten von Menschen. Weil du eben nicht sofort ins kalte Wasser springen musst und dich verausgabst und dann keine Ahnung hast, was soll ich jetzt machen? Ich soll jetzt Frauen ansprechen? Oh mein Gott, was soll ich jetzt überhaupt tun? Und dann kommen die Blockaden und dann kommen die Traumata von früher. Nee, so funktioniert das nur für manche, aber nicht für alle. Aber für alle funktioniert ein Leitfaden, wo wir klein anfangen mit Flirten, indem du Flirtelemente erstmal lernst und diese beherrschen lernst. Das ist die Struktur. Flirten lernen in dem Umkreis, in dem du dich sowieso befindest und dann wirst du anfangen, positive Reaktionen zu bekommen. So fang damit an, in deinem sowieso schon bestehenden Umfeld. Flirten, in die Leichtigkeit kommen, weg vom Rationalen, mehr ins Spielerische und dann Schritt für Schritt mit den kleinen Erfolgen, die aufeinander aufbauen, kannst du dann, und wenn du das möchtest, dann auch unter Bewachung, unter Aufsicht, weil jemand, der das weiß, dir genau sagt, oh, sehr gut machst du das hier, hier sollst du darauf achten, geh hier einen Schritt weiter nach vorne, geh hier einen Schritt weiter nach links, nach rechts, aufeinander aufbauend, immer mutiger, kleine neue Erfolge feiern und dann bist du zum Schluss eben an einem Punkt, wo du tatsächlich, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben oder wie ich die Story erzählt habe von Florenz, wo zum Beispiel der Mike, der früher so nervös war, dass er nicht mal auf eine fremde Frau, die fünfmal, nicht fünfmal, die zwei, dreimal so alt war wie er, also 70 Jahre, 60 Jahre, konnte er nicht mit diesen Frauen reden, weil er einfach nicht mit Fremden sprechen konnte, es jetzt geschafft hat, über einen Zeitraum von sechs Monaten an den Punkt zu kommen, dass er, da vorne steht eine Frau, ich spreche sie jetzt an und innerhalb der nächsten 60 Minuten hat er sie geküsst. So was Verrücktes kann passieren, wenn du einem strukturierten Leitfaden folgst. So, da gibt es ja viele Bücher, viele Lektüren, da gibt es viele Ratgeber im Internet, sehr viel, viel ist kostenlos, auch wir, die kostenlose Flirt- und Charisma-Analyse, da geben wir dir diesen Leitfaden mit, für dich personalisiert, aufgrund deines Flirt-Typs, aufgrund deines Charisma-Potenzials. Da gibt es aber auch viele andere, ja, da gibt es en masse Ratgeber. Jetzt solltest du einfach dir einen mal raussuchen, gerade wenn du dieser logisch strukturierte Typ bist und such dir einen heraus, wo du sagst, hey, das macht für mich Sinn, das kann ich nachvollziehen, das kann ich bearbeiten, ich gebe mir da selber die Zeit dafür, es muss nicht von heute auf morgen funktionieren, aber ich werde das diszipliniert durchziehen und dann bekomme ich die Ergebnisse, die mir auch dort am Ende versprochen werden, weil ich weiß, ich vertraue auf den Prozess und dann klappt das auch für dich, ja. Coaching ist einfach nur eine Abkürzung, mehr sind wir nicht, wir sind für dich die Abkürzung zum Erfolg, so, wenn du das Ganze schnell strukturiert angehen möchtest, dann hast du einen Coach, der dich da schneller hinbringt. Letzten Endes liegt aber wirklich alles und das ist die Wahrheit, die wir dir, denke ich, gar nicht erst so vor das Gesicht halten müssen, weil die weißt du auch einfach intrinsisch, du bist auch einfach gefragt. Es ist auch einfach dein Wille gefragt, wie sehr willst du es und wenn es für dich nicht so wichtig ist und du, ja, du lieber nochmal fünf Jahre, zehn Jahre weiter so machst wie bisher, dann ist jetzt gerade einfach nicht der Zeitpunkt fürs Coaching, ganz klar. Dann fokussier dich lieber auf andere Sachen, dann war es ganz nett, wir hören uns wieder in fünf Jahren, wenn du wieder den Podcast einschaltest, wir werden immer noch da sein, so wie es uns auch schon seit zehn Jahren gibt, wird es uns auch dann noch geben, aber dann ist jetzt nicht der Zeitpunkt für dich. Aber wenn du sagst, jo, jetzt ist der Zeitpunkt, ich habe Bock, naja, dann leg los. Bei uns findest du, oh ne, uns findest du auf www.flirtanalyse.de und da können wir uns näher unterhalten und dann schauen wir, ob wir zueinander passen oder nicht, ganz einfach. Und die vierte Eigenschaft, die kommt in genau demselben Kontext, nämlich wenn du dir einen Ort gesucht hast, an dem es Menschen gibt, die dich unterstützen. Denn wir sind, auch das ist eine Wahrheit, die schon seit Jahrhunderten existiert, die ich nicht erfunden habe, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, denen du dich am meisten umgibst. Und wenn die meisten Menschen, mit denen du dich umgibst, dich runterziehen und negativ sind und deine Energie saugen wie Vampire, dann wirst du gar nicht die Energie dafür haben, irgendwas in deiner Situation zu ändern, weil du deine ganze Energie dafür aufbringen musst, einfach nur standfest zu bleiben und deinen Charakter nicht allzu sehr zu verlieren in Angesicht dieser ganzen Menschen, die dich klein halten wollen. Und die Lösung da ist einfach tatsächlich teilweise radikal, teilweise weniger radikal, dass du Stück für Stück dein Umfeld veränderst und dass du Freunde hast und Bekannte hast und Familienmitglieder und Freundinnen, auch Frauen, die dich unterstützen, die dich lieben, die dich gerne wachsen sehen, die gerne sehen, dass du Erfolg hast und über dich hinaus wächst und die du anfeuern kannst und die dich genauso anfeuern. Wo du solche Gruppen findest? Hey, wir leben im 1. Jahrhundert. Es ist leichter als je zuvor. Im Internet kannst du über Meetups, über Salsa-Kurse, über Yoga-Kurse, über verschiedene Sportkurse, kannst du jederzeit, auch wenn du neu in einer Stadt bist, dich in neue Gruppen einschreiben, dahin gehen, aufkreuzen und gucken, passt das? Kickboxen, Taekwondo, völlig egal. Es gibt überall Menschen, die dich mit offenen Armen willkommen heißen werden und dann hast du potenzielle neue Freunde, wenn sie auch zu deinen Werten passen, wenn sie auch das verkörpern, was du jetzt gerade haben möchtest für dein nächstes Kapitel deines Lebens. Und tatsächlich auch einfach so Menschen, die du vielleicht beim Spazierengehen kennenlernst. Das hört sich verrückt an, aber Mann, Dominik, du hast es ja selber jetzt erlebt. Du lebst jetzt seit einem guten Jahr in Budapest. Ich meine, du kanntest niemanden aus Deutschland in Budapest. Du hast all diese Leute genau so kennengelernt. Ja, also das, ich fand das so sehr, sehr interessant, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, so mit Menschen aus Deutschland. Ja, du wohnst ja jetzt da so und es ist schwer irgendwie Anschluss zu finden, sagt der Deutsche dann immer so, schwer Anschluss zu finden. Und ich habe dann so gesagt, nee, wieso sollte das schwer sein? Es sind doch Menschen da. Da gehst du hin, sagst Hallo und schon hast du eine Verbindung. Warum ist das schwer? Und das ist so, aber natürlich war es für mich auch damals schwer. Ich bin nicht in dieses soziale Gehirn reingeboren worden. Ich musste mir das auch aneignen, ganz klar. Was ich sehr interessant finde, ist, dass ich, also ich fand, ich fand, ich finde ganz interessant, wie, wie willkürlich Freundschaften entstehen. Wenn du dir mal so anschaust, als du eingeschult wurdest, erste Klasse, da wurdest du irgendwo mit deiner großen Schultüte in diese, diese Klasse gesetzt und du hattest einen Sitznachbarn und zack, das war dein bester Freund für die nächsten vier Jahre. Warum? Weil ihr nebeneinander saßt, weil ihr die Gemeinsamkeit hattet, dass ihr zur selben Zeit am selben Ort wart. Mehr nicht. Die anderen 20 Kinder in der Klasse waren auch zu einem Großteil deine Freunde. Ehe du dich versehen konntest, warst du wahrscheinlich bei den ersten Kindergeburtstagen eingeladen. Warum? Weil es so willkürlich oder beziehungsweise so flach ist. Also die, 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 wie sagt man, die Bar im Englischen, die, ähm. Ja, ja, der Standard ist so. Die Hürde, genau. Der Standard, die Hürde. Die Hürde ist so niedrig, neue Freundschaften zu finden. Insbesondere ab 30 plus. Weil so viele, so viele Menschen dann die Universität verlassen haben, in eine neue Stadt ziehen und so weiter. Und dann sich so denken, oh, ist aber schon schwer, Anschluss zu finden, ne? Nee. Es kann doch nicht sein, dass du nur Freunde von der Arbeit hast. Worüber redest du dann, wenn du nur Freunde von der Arbeit hast? Über Arbeit. Selbst wenn du, dafür bist du nicht mal bezahlt. So, ähm. Freunde zu finden ist halt wirklich, wirklich einfach. Und insbesondere ab 30 plus, weil alle das Problem haben. Weil ihr trinken könnt. Ihr seid jetzt erwachsen. Ja, ist schon wahr. Also, immer wenn ich irgendwo hinziehe, dann, dann, ähm. Und ich merke, da sind Nachbarn in meinem Alter oder ähnliches Alter, ne? Dann hole ich eine Flasche Wein und klingel einfach mal und sage, hey, ich bin der Neue. Ich wollte mich mal vorstellen, wenn ihr Zeit habt. So, muss nicht jetzt sein. Aber, keine Ahnung, heute Abend, morgen Abend. So, ich habe eine Flasche Wein dabei. Schon schön jetzt. Ich stehe jetzt hier. Los, lass mich rein. Und dann fresse ich einfach die Tür auf. So, hallo, hier, Wein auf dem Tisch. Deswegen bist du auch so umgezogen, ne? Ja, ja, weil ich wurde halt sehr oft, die Polizei wurde sehr oft gerufen, ja. Wer ist dieser Mann in meinem Haus? Ich habe keine Ahnung, der ist einfach reingekommen in der Weinflasche. Aber es ist wirklich so, wir sind erwachsen, wir können jetzt trinken. Das ist halt mega der Eisbrecher. So, ich bin kein exzessiver Trinker. Du musst nicht mal Alkohol trinken. Aber, ne? Das ist einfach ein mega cooler Eisbrecher. Kulturell hast du hier einfach einen Vorteil im Westen, weil Trinkkultur ist nun mal zusammenführend. So ist es auch auf dem Oktoberfest, hey, Prost, Prost, genau so. Das erste Hallo auf dem Oktoberfest ist kein Hallo, es ist ein Prost. Du siehst einfach jemanden neben dir und sagst Prost. Und das ist das erste Hallo. Und so entstehen Gespräche. Und das ist ein Vorteil an unserer Kultur. Auch wenn Trinken natürlich exzessivem Maße auf gar keinen Fall ein Vorteil ist, kannst du doch die Dinge, die hilfreich sind, für dich nutzen. Und, naja, so, also das ist meine Herangehensweise, wenn ich Nachbarn habe oder neue Nachbarn oder irgendwo hinziehe. Sehr simpel. Aber genauso auch, wenn du ausgehst. Genau dasselbe. Oder hey, letzte, letzte, was war es? Die zweite Woche war das. Da haben wir nämlich Sixer Bier mitgenommen, als wir zum... In Florenz meinst du? Genau, genau, als wir in Florenz waren. Da haben wir Sixer Bier mitgenommen, als wir auf den Aussichtspunkt gegangen sind. Und natürlich, dann direkt, da haben wir uns da hingesetzt und dann waren einige Menschen dort. Und dann, hey, na, wie geht's euch? Und dann, hier, willst du ein Bier? Und so kommst du auch ins Gespräch. Also, naja, okay. Das einmal kurz ein Kyrie auf Alkohol. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das mache. Aber ja, solche Sachen können auch mal helfen. Als flüssiger Lubrikant. Als sozialer Lubrikant. Ja. Also, es geht halt Menschen genauso wie dir. In den Momenten, in denen du denkst, oh, ich kann diese Person jetzt da vorne nicht ansprechen. Die steht da alleine, die Frau von mir ist, die steht jetzt gerade ganz alleine. Die möchte bestimmt nicht, bestimmt nicht jetzt irgendwie angesprochen werden. Möchte bestimmt nicht integriert werden oder was auch immer. Oder was auch immer. Ihr geht es höchstwahrscheinlich genauso wie dir. Genauso. Sie denkt höchstwahrscheinlich genauso, ach, es wäre schön, wenn mich jetzt gerade jemand ansprechen würde. Es wäre schön, wenn ich gerade hier Anschluss finden würde. Gerade wenn das eine neue Person ist. Oder auch mal umgekehrt. Du bist die neue Person. Und jetzt hast du niemanden da, der mal die Führung übernimmt und dich irgendwo reinschleust. Jetzt denkst du, oh, das wäre schön, irgendwie jetzt hier gerade Anschluss zu finden oder mit dieser Gruppe da vorne zu sprechen. Und jeder in dieser Gruppe höchstwahrscheinlich denkt, okay, wer kann jetzt hier gerade den Neuen hier einmal einladen dazu, dass er sich auch hier hinstellt. Es geht Menschen oftmals genauso wie dir. Menschen haben oftmals die gleichen Gedanken wie du. Ja. Ja. Ich empfehle wirklich jedem einmal alleine zu verreisen. Ruhig mal eine Woche oder mehrere Wochen, wenn du das kannst. Alleine zu verreisen, Solo-Traveling, ist so bereichernd für unsere Persönlichkeit. Weil es bringt dich in Situationen, in denen du nach Anschluss suchst. Weil du einfach selber keinen Anschluss hast. Und dann gehst du zum Beispiel in Hostels. Oder du gehst zu einem Pub-Crawl mit. Oder du spazierst irgendwo, wo andere Leute sind. Und dann stellst du eine Frage zu diesem Bauwerk, was du gerade siehst. Und dann erklären die dir was. Dann fragen sie, wo du herkommst. Und dann kommt ihr ins Gespräch und sagt, ach, du bist alleine am Reisen. Mega cool. Und was habt ihr heute noch vor? Was habt ihr heute vor? Anschluss zu finden ist sehr leicht. Aber das fällt uns einfach nicht auf, wenn wir so festgefahren sind in dieser, naja, das hier ist mein Tisch, wo wir den Tisch mieten im Club von Bukarest. Wir sind halt festgefahren in dieser, das ist mein Kreis und ich darf da nicht rauskommen. Und jeder Schritt da raus, der gehört sich nicht. Das ist unhöflich. Das ist Schwachsinn. Das ist Quatsch. Das sind die Limitationen, die wirklich in deinem Kopf sind und nirgendwo anders. Wenn du dich traust, dann wirst du sehr schnell merken, hey, so unfreundlich ist die Welt gar nicht. Und vielleicht wirst du auch auf die Schnauze fallen. Und da werden manche Leute sein, die keine Lust haben auf andere. Ja, das gibt's. Achsel zucken und weiter. Ja. Sorry. Die Welt ist nun mal freundlich, wenn du sie als freundlich siehst. Und wenn du denkst, sie ist unfreundlich, dann wird sie auch unfreundlich sein. Wenn du denkst, die Welt ist zu unfreundlich, dann bist du zu oft im Internet in Kommentarspalten. Auch das. Ja, 100 Prozent. Es ist crazy. Es ist crazy. Also, erst mal Menschen, die Kommentare schreiben, sind sowieso sehr wenige. Aber die, die schreiben, sind oftmals Leute, die einfach ihren Unmut kundtun wollen. Und da denken wir oft, wir lesen das oft. Wir gehen auf ein YouTube-Video und lesen das dann. Oder gehen auf einen Zeitungsartikel, lesen da die Kommentare und so weiter. Gehen in irgendeine Facebook-Gruppe, lesen da die Kommentare. Und es ist oftmals jammernd, negativ, anfeindend und so weiter. Und dann denken wir, okay, das sind ja Menschen. Das heißt, die Menschen sind schlecht. Aber die meisten Gespräche, 99 Prozent aller Gespräche, die ich mit Fremden führe, sind extrem positiv. Klar. Du kennst das selber. Angenommen, du hast irgendwie von mir einen Mitbewohner, eine Exfreund und was auch immer. Und ihr habt zusammen gewohnt. Und du bist irgendwie wütend auf diese Person gewesen. Und du hörst schon, dass sie jetzt gerade in den Hausflug kommt. Und du machst schon die Tür auf, um sie wirklich mal anzuschnauzen. Aber sie ist dann plötzlich im letzten Bruchteil der Sekunde, sie hat einen Gast dabei. Und plötzlich ist deine Angst verflogen. Deine Angst, deine Wut. Plötzlich ist deine Wut verflogen gegenüber dieser Person. Und du bist plötzlich freundlich. Das ist eine sehr spezifische Situation, von der ich überzeugt bin, dass du sie hattest. Also ich kann mir, ich hatte sie auf jeden Fall auch schon. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das... Und dann heißt sie Martina und dann hast du keinen Bock auf ihre Locken. Und dann schuldet sie mir noch 20 Euro. Also. Ja, wer kennt das nicht? Mein Punkt dabei ist, dass wir sehr oft, wenn wir einen Fremden plötzlich sehen, dann zeigen wir uns von unserer besten Seite. Dann zeigen wir uns nicht von der Seite, die Martina ihre 20 Euro, meine 20 Euro wieder abknüpfen möchte. Sondern von der Seite so, wie andere Menschen uns sehen wollen. Und genau so verhalten sich andere Menschen auch. Die Welt ist ein positiver Ort. Menschen sind freundlich. Ja. Ja, Mann. Außer Martina. Martina schuldet uns noch Geld. Oder dir. Naja. Ich glaube, die... Die größte Hürde, die du einfach überwinden musst, wenn du denkst, wie kann ich Frauen beeindrucken, ist die Hürde, dass du selber noch nicht glaubst, dass du beeindruckend bist. Diese Erkenntnis zu gewinnen, dass du tatsächlich jetzt schon wie du bist, beeindruckend bist, ist die größte Hürde. Und das gefällt mir so sehr an meinem Job. Weil mein Job ist es gar nicht, dir was zu geben, was du nicht hast. Oder dich so zu entwickeln, dass du besser wirst. Sondern mein Job ist es, oder der schönste Teil in meinem Job ist es eigentlich nur, dich mental an einen Punkt zu bringen, dass du es raffst. Dass du es checkst. Dass du verstehst, okay, offensichtlich habe ich jetzt mehr und mehr Erfolg. So kacke kann ich ja gar nicht sein. Und du das auch von deinem Umfeld einfach bestätigt siehst. Dass Frauen sich mehr bei dir melden. Dass sie auf ein zweites Date gehen wollen, auf ein drittes Date. Dass du mit Frauen auf einmal eine Beziehung führen kannst. Dass du zum Wähler wirst. Dass deine Arbeitskollegen sich bei dir melden, sagen, hey, wollen wir nicht mal was trinken gehen. Dass Leute gerne mit dir befreundet sein wollen und nicht andersherum. Dass du das nicht suchen musst, sondern dass Leute dich aufsuchen. Und dann kommst du einfach an den Punkt, wo du es raffst. Wo du siehst, anscheinend bin ich anziehend. Anscheinend bin ich attraktiv. Und an diesen Punkt zu kommen, da gibt es Hilfsmittel. Da gibt es Dinge, die du machen kannst. Da gibt es Flirtmuster, die du anwenden kannst. Aber das ist alles einfach nur, das sind Stützräder. Das ist ein Schutzhelm. Das ist ein Krückstock. Das sind Skistöcke. Mehr ist das alles gar nicht. Wenn du es dann gerafft hast, kannst du den Helm absetzen. Kannst die Skistöcke runterschmeißen. Kannst den Krückstock ablegen. Kannst die Stützräder wegschmeißen. Und du kannst einfach losradeln. Los snowboarden. Los skifahren. Weil du es kannst. Du bist jetzt schon gut genug. Du hast es halt nur noch nicht verstanden. Und das ist das Schöne an meinem Job. Wenn ich sehe, jetzt schnallt es. Und das ist das Schöne daran. Das sind die krassen Erfolge, die wir dann immer so feiern. Wo, wenn du in der Gruppe bist, übrigens was Gruppe angeht. Wenn du in der Gruppe bei uns im Coaching bist, dann siehst du immer die Männer, die haben ja auch viele aktive Zuhörer aus der Flirtmasterclass. Ihr wisst ja, die angepinnten Posts oben, das sind immer maximal eine Woche, maximal zwei Wochen, aber meistens ist das maximal eine Woche alte Posts von deinen Mitstreitern, die gerade was Unglaubliches erlebt haben. Und dann wird das oben angepostet. So, hey, guck mal, mega inspirierend. Und ich finde das einfach selber so wunderschön. Gerade in letzter Zeit haben wir so ziemlich jede Woche sind da ein, zwei, drei Posts, die oben einfach fixiert sind. Und die werden immer ständig neu ausgetauscht. Ständig neue geile Erfolge. Das ist einfach mega geil in so einer engen kleinen Gemeinschaft. Von einem Kreis, der übrigens, wenn du in die Callgröße schaust, der ungefähr auch genauso groß ist wie damals eine Schulklasse. Ich meine, wir haben maximal 20, 30 Leute mal in einem Call. Und natürlich der Kern, der wirklich sich auch trifft und aktiv in der Welt, irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz, ständig treffen sich ja die Männer. Das ist dann nochmal kleiner. Also dann treffen sich hier drei Leute, da vier Leute, da zwei Leute. Ständig. Das ist mega geil. Also da so eine Dynamik zu entwickeln unter Gleichgesinnten, die dasselbe wollen wie du, die dich nicht verurteilen, die an dasselbe glauben wie du, die wachsen wollen, die sich nicht verstecken müssen, die vollkommen offen ehrlich sein können mit ihren Ängsten, mit ihrer Vergangenheit, die über ihre Frauengeschichten reden können, die dafür nicht verurteilt werden, sondern unterstützt werden. Geben dir Feedback zu deinem Wachstum. Ja man, ehrliches Feedback, genau, wo du selber auch Feedback geben kannst und kannst von ihnen lernen, sie lernen von dir. Sowas ist selten. Und das muss nicht selten sein, weil wir alle wollen das eigentlich. Es ist aber selten, dass du so einen Ort findest. Und wie es der Zufall so will, hat Dominik, das ist schon vor zwei Wochen gesagt, findet jetzt im Oktober wieder unsere FMC Live statt. Das ist das Event, was an einem Wochenende stattfindet in Frankfurt, also sehr zentral für alle aus Deutschland, Österreich, Schweiz, in Frankfurt, wo wir uns von Gesicht zu Gesicht sehen werden. Wo Dominik dabei sein wird, wo ich dabei sein werde, Kevin, Makako und wir werden dort sehr, sehr intensive Stunden verbringen. Das Ganze geht Freitagnachmittag schon los um 17 Uhr, geht dann ein paar Stunden und dann werden wir am Abend vielleicht noch ausgehen. Ihr seid dann herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Am Samstag geht es ebenfalls früh los und dann wird der gesamte Tag vollgepackt sein mit strukturiertem Inhalt, der dich einfach weiterbringt, wo wir gemeinsam direkt in die Action gehen werden, umsetzen werden. Du das Flirten, die Leichtigkeit in der Umsetzung lernen wirst, dich nicht hinsetzt und irgendwie ein paar Notizen machst und das Ganze einfach nur langweilig abschreibst, sondern nein, du wirst es direkt praktisch üben und dann direkt in Fleisch und Blut übergehen. Aber strukturiert. Und das Ganze macht mega viel Spaß. Die Jungs, die kommen immer strahlend zurück von diesen Tagen, berichten dann auch Wochen später darüber, wie geil das war. Wir sitzen jetzt schon auf heißen Polen, bis es wieder anfängt. Jaja, wir haben sauviele Anmeldungen jetzt schon. Wir haben jetzt schon 30 Anmeldungen. Da werden noch einige weitere in den nächsten Wochen kommen. Wir schreiben ja jetzt gerade erst Mitte September, auch wenn die Folge in sechs Tagen rauskommt. Und das wird einfach der Hammer. Das wird wieder richtig, richtig geil. So Männer wie der Guido, die dort zum ersten Mal in ihrem Leben mit, wie alt ist der Guido, 38? Ja. Ja, so Ende 30. Zum ersten Mal in seinem Leben eine fremde Frau angesprochen hat und dann haben sie direkt Nummern getauscht. Also wie irre ist das? Da entwickelt sich einfach eine Dynamik. Du bist so angefeuert von diesem Kreis an Männern, die genauso ticken wie du, die dich unterstützen. Wo du einfach spürst, da ist einfach, ihr freut euch gegenseitig an. Das ist einfach eine richtig, richtig geile Gemeinschaft. Und natürlich die Struktur, die du dort lernst, die Flirtstruktur. Und natürlich ganz wichtig auch für diejenigen, die sich eher zurückhalten, auch das Impulse setzen, die Führung übernehmen. Im richtigen Moment das zu tun, wovor du gerade noch Angst gehabt hast, das tatsächlich dort nicht nur zu lernen, sondern auch zu machen. Und wenn du es einmal gemacht hast oder mehrmals gemacht hast, dann weißt du, dass du es kannst. Und wenn du weißt, dass du es kannst, dann hast du auch mehr wirklich fundiertes Selbstvertrauen. Und dann kannst du das auch zu Hause nochmal machen und immer wieder machen, weil du weißt, dass du es ja schon mal gemacht hast. Das ist das Tolle an solchen, ja, wir springen alle gemeinsam ins Wasser und wir haben Schwimmringe dabei. Und du weißt genau, wie du schwimmst, weil wir haben dir vorher genau erklärt, wie du schwimmst. Und dann kommen wir auf der anderen Seite wieder sicher ans Wasser, an den Strand und können dort Cocktails schlürfen. Und für diejenigen, die jetzt, für die dieses bildliche Szenario zu wild war, okay, gut, dann war das eben zu wild. Mir macht Spaß, in solchen bildlichen Worten zu sprechen, weil es ist einfach magisch. Es ist einfach mega geil. Und wenn du da mitmachen willst, dann gibt es gerade ein sehr, sehr cooles Angebot für dich als Podcast-Hörer. Wir haben nämlich den Preis von 790 auf 290 reduziert, also einen Rabatt von 500 Euro für dein Ticket auf der FMC Live. Du musst dafür auch nichts weiter tun, als auf den Link hier in der Beschreibung der Folge zu klicken. Und dann wird der Rabatt auch direkt angerechnet werden. Also kannst du dir dann dort direkt dein Ticket sichern und dann sehen wir uns. Und dann kannst du uns dort alle deine Fragen stellen, live. Wir stehen dir dort Rede und Antwort. Am Sonntag gibt es nochmal ein Einzelfeedback pro Person. Also extrem wertvoll, extrem, extrem wertvoll. So etwas bekommst du zu dem Preis erst recht nicht irgendwo anders und auch nicht in der Intensität und in dieser Gruppengröße. Das ist einfach mega genial. Also aus ganzem Herzen unsere Empfehlung. Sei dabei. Lern uns mal in Person kennen. Wir können dich kennenlernen. Ich freue mich da mega drauf. Das wird wieder eine richtig, richtig coole Sache. Oder, Dominik? Ich habe auch schon dazu noch was vorbereitet für euch. Und wer, also ja, das wird eine richtig coole Sache. Ich freue mich jetzt schon drauf. Auch schon genauso hibbelig und auf heißen Kohlen wie die Männer. Und ich habe was für euch vorbereitet. Da habe ich ja schon vor zwei Wochen drüber gesprochen. Und das ist ein Tool, das wird euch, also für all die Männer von vor zwei Wochen, die die Folge vor zwei Wochen gehört haben, es geht um Glaubenssätze. Und das ist ein Tool, das ich mit euch in Person machen kann, dass euch die Glaubenssätze sofort ändert. Und das ist etwas, ich bin, ich freue mich sehr darauf, dass mit einigen Ausgewählten, ihr könnt euch dafür dann auf dem Event bewerben, kann das so mit einer kleinen Gruppe machen, weil es so intensiv ist. Ich freue mich sehr darauf, das mit euch zu machen. Es ist eine sehr intensive Bio-Feedback-Übung, die mit eurem Unterbewusstsein kommuniziert. Ich freue mich drauf. Es wird der Hammer. Wir haben noch wenige Plätze dazu zur Verfügung für das Event. Also, klick auf den Link, sei dabei. Ist das letzte Mal dieses Jahr. Ja, richtig. Richtig, das letzte Mal 2023. Damn, die Zeit vergeht. So schnell. Und ehe du dich versiehst, ist schon wieder 2024. Und wieder nichts. Und wieder hat sich nichts getan. Und wieder hockst du zu Hause und bist frustriert. Mann, 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 Mann. Ich habe sau viel Zeit verschwendet damals. Sau viel Zeit verschwendet, weil ich gedacht habe, das kann ich eh nicht lernen. Weil ich einfach total festgefahren war in meiner romantischen Vorstellung von, tja, die Welt, die schätzt solche Romantiker wie mich einfach nicht mehr. Wo ist die Frau, die noch auf dieser Hollywood- und Disney-Vorstellung steht wie ich? Wo ist sie nur? Und jeder Frau, die irgendwie mir positive Blicke gewürdigt hat, mit der ich dann gesprochen habe, habe ich dann gesagt, ich habe mich in sie verliebt. Und natürlich wollte sie dann nichts mehr von mir. Und das habe ich über Jahre hinweg gemacht und habe gedacht, Mann, die Welt hat sich verändert. Männer wie mich, die werden einfach nicht mehr gebraucht. Und das war pures Ego. Das war pures Ego. Und das habe ich erst in meinen 20ern verstanden, dass ich dort mal einen sehr ehrlichen Blick auf mich selber geworfen habe und gesagt habe, Das ist so eine Verlierer-Mentalität. Jaja, 100 Prozent. 100 Prozent. Ich habe da richtig gesuelt. Ich habe, wenn du dort damals meine Playlist angehört hast, das war nur Schnulzen. Nur Schnulzen. Ich habe mich, es war richtige Moll-lastige Deprimusik, weil ich mich so richtig schön in diesem, ach ja, ich bin so deprimiert. Aber das Ganze hat auch irgendwie was Romantisches, dass ich so deprimiert bin, habe mich da total drin gesuelt. Ja, hat sich richtig gewandelt. Einer dieser Punkte übrigens einfach mal so als Anekdote war tatsächlich auch die Musik. Dann habe ich aktiv meine Songs geändert und habe die anhand der Männer, die ich kennengelernt habe, die sehr gut waren mit Frauen, und habe geschaut, was hören die denn so für Musik? Und Mann, das war echt ein himmelweiter Unterschied zu der Musik, die ich so gehört habe. Positiv, vorwärtstreibend, optimistisch, mega geil oder locker, entspannt. Naja, gut, ihr findet mich ja auch auf Spotify, da könnt ihr auch meine Playlists anschauen. Abgesehen von dem Podcast. Ist aber ein anderes Profil, wenn du auf Andy Friday suchst, dann findest du ein privates Profil. Ja, meine Lieben, wir freuen uns, euch zu sehen auf der FMC Live. Wenn ihr hinfahrt, dann fahrt bitte vorsichtig und holt euch das Ticket. Wie gesagt, 500 Euro limitiert für noch, ich glaube, wir haben jetzt den 13. Nächste Woche ist der 13.7. Das heißt, es wird der 19. sein, wenn die Folge rauskommt. Eine Woche noch. Eine Woche noch findest du die Tickets zum reduzierten Preis. Hol sie dir. Ich freue mich auf dich. Dominik freut sich. Wird eine richtig geile Zeit. Dann sehen wir uns mal in Person. Nochmal, war vorsichtig und bis zur nächsten Woche. Wir sehen uns. Bis auch. walk. Was. 安.